Im Namen des Staates Kalifornien, der Beschuldigte Axel Swift wird von Anklage des Raubes begangen an Lady Berington. Freigesprochen. Also, wie habe ich das gemacht? Bei mir wird jeder freigesprochen, auch wenn er noch so unschuldig ist. Ich eile mich zur jubilierenden Menge zu zahlen. Also, Miss Mills, wo läuft denn Ihr neuer Film? Von Roxy? Aber Sie gehen ja nicht ins Kino. Von heute an. Ich bin mit Ihnen zufrieden, der Himmel segne Sie. Mein Herr, Herr Swift, Sie sind mir sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Welche Schande für meinen jungen Namen. Na, also, Mr. Swift, sind Sie zufrieden? Jetzt bekommen Sie ganz bestimmt Ihre fixe Anstellung. Ich gratuliere Ihnen. Miss Mills, mich interessiert nur eines. Welcher Lausbub hat dieses Interview unter meinem Namen geschrieben? Der Lausbub bin ich. Nein, Gloria, Gloria, Gloria. Sie haben ja keine Ahnung, wie ein Interview auszusehen hat. Ihrem Interview fehlt die Schlusspoint. Aber das wollen wir gleich nachholen, ja?